Gibt es wirklich 2,5 Entgeltpunkte pro Jahr Kindererziehungszeit, wenn mein Kind vor 1992 geboren wurde? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe heute am 2. März 2023 einen Anruf erhalten am Telefon, eine Dame, die sehr aufgeregt war und mir erzählte, dass es da ein Video eines Steuerexperten auf YouTube gibt, der mitgeteilt habe, dass es für ein Kind, was vor 1992 geboren wurde und durch einen Elternteil erzogen wurde, 2,5 Entgeltpunkte pro Jahr Kindererziehungszeit geben würde. Wenn das stimmen würde, was der Steuerexperte so von sich gibt, dann wäre es so, dass unsere Telefonkundin, die hat ein Kind vor 1992 geboren, statt 2,5 Entgeltpunkte, die man ihr gutgeschrieben hat, dann 6,25 Entgeltpunkte gutschreiben müsste. Insgesamt also für 30 Kalendermonate Kindererziehungszeit vor 1992 geborenen Kinder wären das dann 6,25 Entgeltpunkte, also pro Jahr 2,5 und für nochmal 6 Kalendermonate die Hälfte, also 1,25, macht in Summe 6,25 Entgeltpunkte. Ich habe mir das Video nicht angeschaut, weil ich keine Zeit dafür hatte. Ich konnte auch nicht prüfen, ob das stimmt, was meine Kundin sagt, aber ich habe sie mal ganz fix beruhigen können. Im Grundsatz ist das Maximum an Entgeltpunkten für ein Kind, welches vor 1992 geboren wurde, immer diese aufgerundet 2,5 Entgeltpunkte. Mehr kann es gar nicht geben. Das heißt also, ich kriege nicht pro Jahr 2,5 Entgeltpunkte, sondern maximal für 30 Kalendermonate diese 2,5 Entgeltpunkte. Und zwar haben wir folgende geschichtliche Entwicklung, wie es dazu gekommen ist. Vor dem 1.7.2014 lag dieser Wert für ein Kind vor 1992 geboren noch bei einem Entgeltpunkt. Dann kam die Mütterrente 1 mit einer Erhöhung um weitere 12 Kalendermonate Kindererziehungszeit, dann also insgesamt 2,0 Entgeltpunkte und ab 1.1.2019 die Mütterrente 2, der bayerische Herzenswunsch sozusagen, dann nochmals um weitere 6 Kalendermonate auf insgesamt 30 Kalendermonate Kindererziehungszeit. Und diese zusätzlichen Entgeltpunkte wurden dann entweder als abschlagsfreie Zuschlagsregelung für Bestandsrentnerinnen und auch Bestandsrentner, denen Kindererziehungszeiten gutgeschrieben worden sind, gezahlt oder eben als normale Entgeltpunkte und Kindererziehungszeiten im Versicherungskonto gutgeschrieben. Wohlgemerkt, für 30 Kalendermonate Kindererziehungszeit kann es niemals 6,25 Entgeltpunkte pro Kind geben, sondern maximal pro Monat Kindererziehungszeit 0,0833 Entgeltpunkte macht bei 30 Kalendermonaten Kindererziehungszeit genau 2,499 Entgeltpunkte aus, also gerundet die besagten 2,5 Entgeltpunkte. Für Kinder, die nach 1992 geboren sind, gibt es insgesamt 36 Kalendermonate Kindererziehungszeit als Maximum, macht also, wenn man die 0,833 Entgeltpunkte mal 36 multipliziert, genau 2,9988 Entgeltpunkte aus, also gerundet 3,0 Entgeltpunkte. Aber auch hier niemals 3 Entgeltpunkte pro Kind pro Jahr, das wären ja dann 9 Entgeltpunkte, sondern maximal pro Kind insgesamt, das nach 1992 geboren wurde, 3 Entgeltpunkte, oder wie man im Volksmund sagt, Rentenpunkte für Kindererziehungszeiten. Leider Unfug, wenn das stimmen würde, was dieser Steuerexperte so von sich gegeben hat in Sachen Rente. Ich habe der Telefonkundin geraten, einen Kommentar im Video des Steuerexperten abzugeben und ihn auf seinen möglichen Fehler hinzuweisen und vielleicht auch eine Korrektur oder eine Richtigstellung von ihm zu verlangen. Näheres zum Thema Kindererziehungszeiten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.